Ja hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von BB2C70, meine Karriere und heute machen wir ein Match gegen Jericho. Ja hallo, New York City, don't change that channel, cause we've got some epic WWE action on tap. Look at this card, I've just got to rub my hands together and smile, singles match on tap next. John Cena gegen Tyson, good. Realistisches Match. Okay, dann Jericho, 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 Jericho. Oh man, I can't wait to see these, don't want to down. Ja, ich mag sein Theme, wollte ich nur mal sagen. Ist vielleicht noch keinem aufgefallen. Aber gut, wenn ich Chris Jericho sehe, fällt mir auch der Theme ein. And I'm your priest. Ja, genau. So, viel zu Chris Jericho. Der uns natürlich auch leiden kann, wie sonst was. Merkt man gerade an dem Gesichtsausdruck. So. Aber jetzt prügeln wir auf den einen, als gäbe es keinen Morgen mehr. So. Aber den werden wir auch locker, weiß ich, besiegen. Hoffe ich zumindest. Hm, na gut, besser sieht's nicht so gut aus. Das stimmt. So, was ist die Geschichte hier für Chris Jericho? Es gibt disrespektvolle Geschichten. Und dann ist dieser Mann. Ach, der hat... Gut. Das läuft natürlich sehr, sehr schön. Hohoho, Jericho. Da verhöhnt er uns. Da verhöhnt er uns. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Wir sind nicht umsonst, Mr. Money in the Bank. So. So. Ja. Ja. So. Jawoll. Wunderbar. Und zack. Suplex. Wunderbarer Suplex. Und... BAM! Wunderbar. Einfach stark. Oh. So. So. Und noch einmal diese Aktion. Ich weiß nicht, wie wir diesen Move jetzt gezeigt haben. Hat vielleicht auch bestimmt einen Encounter gemacht. Nein. Hoffentlich nicht. Das ist... Das braucht ihr nicht zu machen. Diesen Aufwand ist nicht notwendig. Wo ich mir echt mal einen Counter machen soll. Wie viele Pay-Per-Views ich in Folge live gesehen habe. Also wenn ihr es seht, dann habe ich es wahrscheinlich schon gemacht. Aber... Ich gucke ja seit... Night of Champions 2015 habe ich jeden Pay-Per-View live geguckt. Und... Müsst ihr euch mal überlegen, wie viele das sind. Wie viel Zeit. Wie viel Stunden ich... Nachts... Nur mit... WWE Pay-Per-Views schauen... Verbracht habe. Natürlich einerseits... Ja. Kann man sein Hobby nachgeben. Andererseits natürlich... Dann hat man es direkt geguckt. Und du musst es dann nicht irgendwann am Tag nachholen. Ne. Ist auch mal der Vorteil. Und live... Ist schon immer was besonderes zu gucken. Als jetzt irgendwie im Nachhinein. Du kannst einfach nicht gespoilert werden. Das ist so... Eins der Vorteile natürlich. Weil wenn du es live guckst, kannst... Du kannst es spoilern. Aber du kannst nicht gespoilert werden. Auch wenn man sagen muss. Wenn man auf Twitter schreibt. Dann spoilt man nix. Weil... Naja. Man kann auch seine Meinung direkt auch preisgeben. Und so weiter. Und dafür ist ja Twitter auch da. Größt. Als um seine Meinung direkt raus... Raus zu sprechen. Wenn hier irgendwas... In dem Moment... Nicht passt. Oder... Was freut. Was er doben will. Was er... Kritisieren will. Was auch immer. Ne. Ich denke mal... Ihr versteht was meine ich. Ich rede ja nicht von einer anderen Welt. Oder vielleicht schon. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So. Chris Jericho ist besiegt. Smackdown. Miss. Low skates. We're live from Memphis. Where they're noted for their fine music. But tonight. It's all about WWE. I've been doing this a while. So trust me when I say. This has got instant classic. written all over it. Stay tuned. Okay. Dann los geht's mit... B-Pointer. Versus. The Miss. Miss. I came to play. I came to play. I came to win. I came to play. I came to play. I came to play. I came to play. B-Pointer. That's awesome. So. This is it. The moment we've been waiting for. The time for talking is behind us. Now these two superstars will test one another's abilities. And. And. Jawoll. This is about being the best. And it looks like it's gonna live up to the height. Oh. These superstars are brave and ready to roll. And zack. This is known as the first place of rock and roll. And this place is rockin' and rock. And zack. Back. Wunderbar. To you. He's been playing with the competition. 9. Jawoll. Wunderbar. Wunderbar. Falcon Arrow. So. Dropkick. Direkte de taller. Super estate. The Miz hat Probleme gegen Mr. Money in the Bank. Jawoll. Und noch einmal einen unvergesslichen Move gezeigt. Zack. Was für ein Impact. Zack. Was für ein Jokeslam. So. Und direkt mal ein Rathbump. So. Und Referee. Jo. Boah. So kickst du jetzt direkt aus. Also wenn er wegen dem Rathbump direkt ausgekickt ist dann ist es schon lächerlich. Dann ist der aber unrealistisch. Wenn er nach dem Count ausgekommt. Wenn er nach dem Count ausgekommt. Ja okay. Aber nicht so. So. Ja. Das kann Miss ein bisschen Momentum haben. Oh. Oh. Das tat weh. Ja. Jawoll. Wunderschöner Vorarm. So. Oh. So. Oh. Was für ein. Drop. Drop. Dropkick. So. Stunner. Und der. Styles. Clash. One. Two. Three. Das war's. Und wir haben wieder gewonnen. Sehr schön. Sehr schön. Zweitwoche war dann auch damit sehr sehr erfolgreich. Jo. Sina wird von Lesnar zerstört. Wie zu erwarten. So. Jetzt sind wir in der dritten Woche. Was wird denn da passieren? Schon wieder den Main Event. Was geht denn da ab? Okay. Wat. Wat soll dat denn heißen? Wat wird da geplant? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Ich würde sagen. Bis in der nächsten Folge. Haut rein. Und. Ciao. Ciao.